und herzlich willkommen zu einer folge wir drehen am glücksrad par 2 1 habe ich doppelt hochgeladen aus versehen tut mir leid war es nicht wir können immer noch gearforce rtx nvidia 1460 die gewinnen und wir drehen ich bin gespannt oder zehn euro da kann ich mir was schönes kaufen ich habe nichts gewonnen schon wieder 91.000 google soll ich euch gleich alles also leute wenn euch das video fallen hat lassen ja ich brauche doch noch nicht also das war es jetzt mit diesem video last live und dann aber tschüss bis zum nächsten mal